und weiter geht's wieder mit ein bisschen gothic 2 die nacht des und wir haben uns ja wir haben den typen mit den schwarzen roben und den schwarzen gesicht und dem ganz schwarzen blick den haben wir zu lange ins auge geblickt wie sieht's aus habe ich dir erlaubt mich anzusprechen halte ich schlag dich irgendwann zu hart erst klar ist dein gold wir zu was gewollt hast du jetzt spreche ich einfach mit allen gott wir haben alle nichts mehr zu sagen du tegler kann ich noch etwas von einem eintopf haben ich habe gehört du hast bennett geholfen aus dem gefängnis zu entkommen reife leistung klar kann ich noch etwas von einem eintopf haben ich habe nichts mehr komm später noch mal wieder der ist doch so krass der eintopf oder der ist doch so krass der ist doch so krass wo ist der eintopf yo 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 alter die also die köchin möchte ich haben gemacht ein eintopf und danach bist du so und stark wie ein stier kann ich bin ich habe nicht ich habe tatsächlich nicht viel lohnt sich gar nicht man ich hatte echt schon geglaubt dass die mich hängen ist ja noch mal gut gegangen das ganze wissen du hättest mal das gesicht von dem soldaten sehen sollen als der mich raus gelassen hat er hatte sich vor angst fast in die hose gemacht da fällt mir ein ich habe was für dich was ich was meinst du ein geschenk schmieden lernen ist das geschenk oder genau so wie du sagst was für ein geschenk wir haben von dem drachen gehört die im tal sein sollen sie sind da schon gut ich glaub dir ja jedenfalls habe ich mir gedacht dass du dich sicherlich bei der anstehenden drachenjagd beteiligt und ich habe hier ein amulett ich denke du hast dafür eine bessere verwendung als bitte kein scheiß amulett wenn das jetzt ein klump amulett ist dann ich will du kannst mir das beste geschenk machen aller zeit bringen wir bei wie man magische erzwaffen schmiedet du kennst dich doch nicht mal mit den grundlagen aus lerne erstmal ein ordentliches schwer zu schmieden dann sehen wir weiter okay und dann wenn ich das gelernt habe und die lernpunkte verschwendet sagst du du musst erst einer von uns sein dass ich dir das das lerne nicht mal die typen in der stadt können dass ich meine ich erzähle dir doch nichts neues was brauchst ich glaube nicht dass ich du 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 mein schäuerlöschung ich glaube nicht dass ich daran was ändert nie 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 man weiß gar nicht mehr wem man noch glauben kann noch mehr ärger kann ja muss man ganz kräftig dazwischen hauen hey du das habe ich früher auch immer wieder das höre ich zum ersten mal ich habe für so etwas keine hast du was zu tun für mich hast du diese schwarze kaputzen typen hier vorbeischleichen sehen ja überall nicht ganz geheuer sage ich dir als ich damals noch zur see gefahren bin habe ich ja schon einige seltsame dinge gesehen aber diese kerle machen mehr angst sie sind in richtung des banditen lagers in den bergen am südlichen ende des tales war ich weg alle das beste wird sein du gehst einmal nach dem rechten sehen und ich will meine ich sagte so lange du okay okay drucken des königs sind auf dem hof nicht gerade willkommen viele der leute hier werden wohl trotzdem mit dir reden aber beliebt machst du dich das land ist ziemlich unsicher geworden keiner wagt sich weiter als bis zu den eigenen feldern in der stadt ist schon lange keiner von uns mehr gewesen ich dachte bennett war gerade mal dort und wurde verhaftet hast du das nicht hast du das nicht anbieten hast du das nicht mitbekommen ja du kannst mir auch besondere wahre zeigen wenn du verstehst ich habe gehört du kannst rüstung aus kohlerplatten herstellen ja stimmt von wem hast du das gehört ein jäger namens gestart hat mir davon erzählt kannst du mir so eine rüstung herstellen klar bring mir zehn kohlerplatten habe ich gerne habe ich dennoch wie viel willst du dafür haben das gut sein ich mache dir umsonst ich habe die kohlerplatten für die rüstung okay wo ist die rüstung ich werde dir zusammenbauen ich komme morgen wieder okay nice schon eine neue aufgabe gefunden bis jetzt noch nicht sag mir bescheid wenn du einen job für mich hast du hast nice nice danke wolf du bist der beste hey willst du dich jetzt ich habe noch nicht ich habe ja noch was zu besprechen es war genauso wie du sagst es war genauso wie du sagst es ist doch lange bekannt ja wir haben ihn natürlich doch noch gegratet aber jetzt mein freund jetzt jetzt Sendenz jetzt Sendenz wir haben ja noch was zu besprechen sag mal ist das ein gesicht oder ein hintern von an deinem kopf Okay du hast es so gewollt jetzt Pass auf! Hör nicht auf! Hör nicht auf! Der hat gesessen. Wenigstens hat er einen Apfel dabei. Okay. Der hat zwar kein Gold dabei, er hat meine 100 Gold... 100 Gold waren es. Der hat sich schon... Aber der hat ordentlich Schaden gemacht. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Trachtprügel. Es war keine gute Idee von dir, dich mit Silvio einzulassen. Du bist wohl einer von Lees' Speichelleckern, was? Da bist du an den Falschen geraten. Jetzt wird's lustig. Hör nicht auf! Die Gold, die nehme ich mir. Dein Schwert nehme ich mir auch. Und du, was hast du jetzt zu sagen? Gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Es ist mal wieder Zeit für Schläge. Wenn du es sagst... Der hat gesessen. Oh Mann, mein Kopf. Das ist mal wieder Zeit für Schläge. Alta! Die Zeit für Schläge. Wenn du es sagst! Der ist mit der Zeit für Schläge. Wenn du es sagst... Soll ich gleich dort rauf? Nein, ich will erst schlafen. Also wenn man selten ist, beziehungsweise so auch, man ist halt übel, der Schulhof-Schläger. Geht einfach so in der Pause und quatscht die Leute voll. Jo, Kleiner, komm mal her. Ich schlag dich jetzt mal K.O. Okay, passt. Und dann voll, zack. So richtig der Schulhof-Schläger-Typ. Was ist, wenn ich Ona eigentlich verhaue? Ist mir der dann böse? Nee. Dir kann ich alte... Interesse an weiteren alten Münzen? Hast du noch welche? Ein paar. Danke. Hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Ja. Dann gehen wir hier rein. Du hast doch auch noch krasse Waffen. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Also die ist halt schon... Die ist halt schon... Nice. 200 Gold ist jetzt auch nicht so krass viel. Lee. Ah, gut, dass du kommst. Was gibt's? Das hier hab ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Jo. Ich glaube, sie teleportiert dich direkt hierhin zum Hof. Ich dachte, du könntest sie vielleicht gebrauchen. Jo, danke. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut. Vielleicht wird das Lord Hagen dazu bringen, mit seinen Männern ins Minental zu ziehen. Je weniger Paladine sich hier aufhalten, desto besser. Ja. Also, was ist diese... Gott. Jo, Gorn. Alles klar bei dir? Du hast meinen Arsch gerettet, Mann. Das vergesse ich dir nie. Was willst du jetzt machen? Wieder zurück ins Minental. Ich werde mir erst mal den Bauch vollschlagen. Oder? Und dann? Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Ja, hast du recht. Da hast du recht. Aber erst mal... Fuck, ich kann ja nicht schlafen. Shit! Alter, das ist wieder scheiße. Gut, ich spreche noch kurz mit denen dort. Was ist das für ein Typ? Achso, ja, okay. Hey! Was hast du Typ da bei den Schafen noch zu... ...sagen? Ich würde sagen, pp. Dort oben ist wahrscheinlich niemand. Dann würde ich sagen, gehen wir wirklich... ...speichern mal ins Kloster. Oh, hallo! Drachen-Snapper! Der Meister will deinen Kopf. Niemand wird dich jetzt noch rennen können. Ich rette mich selbst, Freund. Also diese... ...diese beklemmenden Gefühle, die sind schon scheiße. Das ist halt jetzt echt ungünstig. Kann ich kein Weihwasser trinken? Für was wäre das sonst gut? Ich probiere mal einfach, Weihwasser zu trinken. Der da oben ist Weihwasser, oder? Nee, geht gar nicht. Wow! Das tue ich allerdings nur ungern. Die hole ich mir später. Vielleicht auch jetzt. So, und jetzt bist du dran, mein Freund. Alter, der hätte mich jetzt fast gekillt. Shit. Aber das ist halt jetzt richtig scheiße. Mit dem nicht schlafen können. Bring mir das Jagen bei. Was willst du da? Ne, interessiert mich wirklich nicht. Hier ist keiner drinnen. Das ist halt jetzt schon schade. Muss man ehrlich sagen. Dass ich nicht schlafen kann. Nicht schlafen kann ich. Warum falle ich hier? Hier bin ich doch schon öfter runtergefallen, oder? Warum falle ich hier immer runter? Aber der Weg ist auch schmal wie sonst noch was. Das sind wahrscheinlich verdammt viele solche Türen. Die Türen, oder? Oh Gott. Ja. Ja, ich brauche ja auch nicht entkommen. Ich brauche ja auch nicht entkommen. Der hat keine Nachricht dabei, gar nichts. Hier drinnen ist hier noch irgendetwas Sinnvolles. Hier habe ich auch schon alles gekillt. Aber hier unten müsste doch noch einer drinnen stehen, oder? Steht ja auch keiner. Hallo? Niemand? Niemand? Gar niemand? Nee, die habe ich schon alle gekillt? Allesamt. Gut, dann noch diese Höhle. Ja, da sind böse Kreaturen drinnen, pöse, very pöse. Allerdings, bis man dort ankommt, ist auch schon fünf Stunden vergangen. Wow. Wow. Thank you very much. Habe ich da die Tür geöffnet, oder? Oh, okay. ... ... ... ... ... ... Alter. No, 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 no. Ihr kleinen Spasti. Ich will doch keine... Ich muss meine ganzen Eildränke verpulvern. So, die sind schon stark. Zwei hauen mich ganz schön kaputt. Und ich will die Erfahrung haben. Kommt ihr bitte doch her. Bei Fuß. Skelette bei Fuß, sonst kann ich euch holen. Die sind doch jetzt nicht hier abgestürzt, oder? Wo seid ihr? Wo? Die sind jetzt doch tatsächlich abgestürzt. Nicht zu können. Jetzt habe ich mir die Erfahrung sausen lassen. Wie kommt ihr eigentlich hier hoch, ha? Wie kommt ihr eigentlich hier hoch? Vielleicht komme ich dort auch hoch. Ich komme auch hoch. Easy. Weil der andere ist nicht mehr vor, aufzufinden, oder? Der ist irgendwo krass abgestürzt. Aber es ist interessant, wo man hier hinkommt. Was ist... Ah, hier weiß ich beiläufig, wo es hier lang geht. Ja, dann geht's mal wieder ans Bergsteigen. Wie so oft. Und hier hinten ist hier noch irgendwas Interessantes. Speichern. Ah, ich habe schon wieder Speichern auf den falschen Scheiß-Spielstand gespeichert. Hier hinten ist doch noch irgendwas Interessantes. Ja, das ist in der Tat sehr interessant. Oh, Alter, hab mich das jetzt erschreckt. Gänsehaut, Gänse. Alter, herzinfarkt. Steht das einfach mal wieder da? Alter. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Ich bin weg. Ich habe keine Wundheilung mehr. Also hier verbrauche ich halt meine ganzen Tränke. Die ich dann im Minental dringend benötige. Easy. Nichts zu holen. Nichts zu können zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Und jetzt wirklich zum Kloster, weil ich hasse diese ständig. Einmal nicht aufpassen. Und das Skelett ist jetzt auch weg. Toll, toll gemacht. Alter, wie groß. Das habe ich gar nicht mehr so groß in Erinnerung. So. So. Steht er genau hinter der Ecke, oder? Oh. Alter. Alter. Schon wieder Herzinfarkt. Tatsache, ich will hier ganz leicht leben, oder? Hallo, du scheiß Magier. Ich mache dich fertig. Alter, das war jetzt echt unerwartet. Ich hasse den Typen dort oben. Kann ich dich vielleicht hier überlocken? Da ist nichts zu holen. Krass. Eins nur, bitte. Jetzt kommt der auch noch. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. So. Ich muss da auch weg. Speichern. Aggressiv speichern. Ach, wenn der da raufkommt, steht er wieder hinter der Ecke. Du wirst mich doch verarschen, oder? Du bist dort noch weiter. Alter, hier geht es doch tatsächlich nur weiter. Nichts zu plündern. Alter, wie groß, wie groß. Erstmal. Feldknöterich. Ich weiß zwar nicht, für was wir Feldknöterich brauchen. Wir brauchen nur Kronstöckel und Drachenwurz. Wollte ich mich verarschen, wie groß ist das hier noch? Hä? Da ist doch sicher irgendwo noch ein krasser, krasser Loot, oder? Oder ein krasser Gegner. Jo, netruhe. Wow. Wow. Dann gehen wir jetzt schnell zurück zu... Oh, genau. Genau, Amulett hat der Bennet uns gegeben. Angars. Amulette Lebenskraft. Und der hat uns kein, der hat uns ein scheiß Amulett gegeben. Unterallhafenstadt, Taverne, Tilbot zu Xardas, zum Pass zum Korinis, zum Alten der Burg, zum Großbahn 4. Das ist schon wirklich nice jetzt. Da braucht man nicht ewig Zeit verschwenden mit dem ständigen Hin- und Herlaufen. So, die Typen dort oben habe ich gekillt. Die schwarzen Männer in den Bergen sind von uns gegangen. Wie konntest du es mit ihnen aufnehmen? Guter Mann. Die Kerle waren mir nicht geheuer. Hätten bestimmt noch eine Menge Ärger gemacht. Das war doch klar. Das wird sich nirgeln. Das kommt nur. Ich sag dir... Ja, okay. Du willst mir ja noch eher... Ich hab dir... Ich hab dir so viel für dich getan und du willst mir noch immer nicht helfen, Junge. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch wissen, was er noch nicht braucht. Dann dorthin. Und jetzt endlich zum Kloster. Endlich. Aber zuvor speichern, weil wir wollen ja keinem solchen Typen in die Hände laufen. Und ich will einfach nicht heilen. Ich will nicht meine ganzen Heilzauber und sonst die Getränke fürs Heilen opfern, wenn wir da billiger auch davon kommen würden. Aber wenn da noch so ein Vieh steht... Loll, wer ist das? Da ist nichts zu holen. Habt ihr denn gekillt? Loll, der Wolf hat den Suchen gefressen. Das war wahrscheinlich ein krasser Wolf. Ja, wenn das ein Varg wäre, würde ich das ja verstehen. Aber nur so ein Wolf... Aber der, der hat ihn sicher gekillt. Der ist... Molto Brutalo. Segne mich. Ich se- Klauen. Egal. Zeig mir der... Du hast doch Heil. Zauber. Klein Erfolg. Eisblock. Oh ja. Möge ihn noch... Junge, kannst du mich nicht heilen? Du bist doch so ein krasser Magier. Der kann mich trotzdem nicht heilen. So eine Zweifel. Was ist eigentlich mit dir? Hey du! Hey du! Warst du schon mal im Kloster? Kann sein. Wieso? Nehmen die noch Leute? Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Gut, dass du mir da unter über den Weg gelaufen bist. Ich kann dir da sicherlich reinhelfen. Ja, 70 Gold, da können wir ins Geschäft kommen. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Wahlfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versinkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsskalere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Jaaa, kann ich dir da reinhelfen? Hey du! Besser du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich hab schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Jo. Ja, kann ich dich jetzt reinhelfen? Kann ich dir jetzt reinhelfen? Ich hätte wahrscheinlich die Liesel gebraucht, das Schaf, oder? Dann vielleicht ihm noch 1000 Gold geben, dann kommt er rein. Bin ich mein alter Freund? Ja ja. Ich kann das kaum glauben. Bist du jetzt wirklich ein Paladin? Offensichtlich. Wenn jemand wie du bei den Paladinen mitmacht, dann können sich die Schergen Biljas warm anziehen. Wenn du mit dem Schläfer fertig geworden bist, sind die paar Orks ja wohl kein Problem. Es geht nicht nur um die Orks. Ich weiß. Aber es ist trotzdem gut, dass du auf unserer Seite stehst. Schon gut. Was machst du hier im Kloster? Lass mich raten. Du willst dich in der Kunst der Magie unterweisen lassen. Mal sehen. Wusste ich's doch. Sprich am besten mit Marduk. Er ist für euch Paladine zuständig. Du findest ihn vor der Kapelle. Danke. Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich hab mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben. Es war nicht immer leicht den ganzen Monstern auszuweichen, die sich dies als des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Weißt du wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeaufenthalt bei Garon ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerke-Essen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Sölden auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Ja, er hat schon alle getroffen. Alle. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein. Aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Ich muss dringend ins Kloster. Ja klar. Hier ist der Schlüssel. Ja klar. Passt, Alter. Passt, Alter. Passt, Alter. Du kannst rein, von mir aus. Wenn, warte, jetzt würde es mich nur mal interessieren, wenn wir so rein gehen. Immer wieder das Gleiche. Wie ich sehe, hast du dich entschlossen, auf unserer Seite zu kämpfen. Das freut mich. Wir können jeden Mann brauchen. Rede am besten direkt mit Marduk. Er ist für euch Paladine zuständig. Ich habe so etwas keine Zeit. Ich will meine magische Kraft steigern. Das ist doch nichts Neues. Nö, eigentlich nicht. Die politische Kraft ist gewachsen. Ich kann dir nun nicht mehr helfen, sie zu erhöhen. Möglich ist alles. Wenn du mehr lernen willst, dann wende dich an Pyrogan. Das war keine große Sache. Okay, Dirk, schon den Boss. Hast du sonst noch was für mich? Ja, als Angehöriger des Ordens bekommst du den Schlüssel zur Bibliothek. Dort findest du die Brüder Karras und Hüglas. Das ist doch nichts Neues. Falls du es wünschst, kannst du dort mit ihnen sprechen. Nur Innos entscheidet. Okay. Würde Innos dich schützen. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Keine Ahnung, sag du es mir. Warte mal. Warte mal. Innos Strafe ist gerecht. Wo finde ich? Glaubst du wirklich? Die Kellergewölbe. Die Kellergewölbe. In der Mitte des rechten Säulenganges. Ja, egal. Die Kapelle. Die Kapelle ist der Raum in der Mitte des linken Säulenganges. Dort beten die Paladine zu Innos. Die Bibliothek. Die Bibliothek. Die Bibliothek. Die Bibliothek ist am Ende. Das habe ich auch immer wieder. Die Kirche. Die Kirche. Die Kirche. Die Kirche. Grundgütiger. Hat Innos dich mit Blindheit geschlagen? Wo ist die Kirche? Das musste einfach sein. Das musste einfach sein. Das ist einfach zu gut. Möde Innos. Ja, ja. Spreche. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ja, bist du. Tyrion. Das habe ich früher auch immer gesagt. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wie geht's? Ich danke Innos, dass ich hier im Kloster sein darf. Okay. Das sind doch alles nur Gerüchte. Was wird hier gepflanzt? Wir versuchen Heilpflanzen zu züchten, damit Meister Neoras daraus Tränke brauchen kann. Das war keine große Sache. Wie geht's denn so? Oh, danke der Nachfrage, Herr Paladin. Die Arbeit hier macht mich glücklich. Und ich werde bestimmt bald zum Magier erwählt. Ich bin ein Vorbistlicher Paladin. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Wer bist du? Wer leitet das Kloster? Der Hohe Rat. Er wird gebildet von den Erwählten. Gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Ich habe von Drachen gehört. Und von einer Armee des Bösen. Ja. Innos steh uns bei. Ja. Erzähl mir etwas über dieses Kloster. Es ist uralt. Es ist uralt. Das hätte ich dir vorher sagen können. Bist du ein grüner Novize? Weil grüne Novize bräuchte ich. Aber du bist nur ein normaler Novize. Oder den brauche ich nicht. Unkraut. Unkraut. Ja. Wer bist du? Opolos. Was machen die Schafe? Was sollen die schon groß machen? Sie stehen in der Gegend rum und fressen. Erzähl mir lieber, was da draußen geschieht. Die Magier scheinen sehr nervös zu sein. Fremde in schwarzen Gewändern durchwandern das Land. Was meinst du? Was für Fremde? Niemand weiß, wo sie herkommen. Sie tragen schwarze, lange Gewänder und haben ihre Gesichter verdeckt. Sie scheinen eine Art Magier zu sein. Zumindest sind sie der Magie mächtig. Das klingt beunruhigend. Aber ich bin mir sicher, dass der Hohe Rat dieses Problem lösen wird. Im Minental gibt es Drachen. Sie belagern zusammen mit der Ork-Armee die Truppen des Königs. Drachen? Ich dachte immer, die gibt's nur in den Schauer-Geschichten. Glaub mir, sie sind da. Aber die Paladine des Königs werden doch mit ihnen fertig. Das wird sich zeigen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das will doch keiner wissen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Hey, du! Was kann ich für dich tun? Hast du was Interessantes für mich? Ähm, nein. Ich hätte das nicht gedacht. Okay, nichts Interessantes ist interessant. Willkommen, mein Sohn. Seit wann bist du Mitglied der Paladine? Mich fragt ja keiner. Noch nicht lange. Dann heiße ich dich willkommen. In diesem Kampf brauchen wir jeden Mann, der den Mut hat, sich dem Bösen entgegenzustellen. In den Händen von Männern wie dir liegt das Schicksal von uns allen. Möge Innos dir immer den nötigen Mut spenden. Ja, und die Kraft bitte. Und die Stärke. Gibt es Neuigkeiten? Der Feind ist anscheinend schon ein bisschen die Stadt vorgelegt. Der Feind naht! Was meinst du? Einer der Paladine, Lothar, ist auf offener Straße ermordet worden. Am helllichten Tag. Es ist schon weit gekommen, aber ich fürchte, das ist erst der Anfang. Das ist doch nichts Neues. Was wird jetzt geschehen? Ein Mord, zudem an einem Paladin, ist ohne Zweifel eines der schwersten Verbrechen überhaupt. Der Mörder wird ohne jeden Zweifel zum Tode verurteilt werden. Bennet ist unschuldig. Der Zeuge hat gelogen. Woher weißt du das? Ich habe Beweise gefunden. Manchmal glaube ich, dass Verrat und Gier unsere größten Feinde sind. Okay, da hast du allerdings recht. Was kannst du mir beibringen? Deine Kampffertigkeiten kann ich dich natürlich nicht lehren. Wohl aber ist es mir möglich, dir das Wesen Innos und seiner Gaben näher zu bringen. Außerdem ist es meine Aufgabe, dich auf die Schwertweihe vorzubereiten. Und die Magie? Hier lehren wir nur unsere Magie. Die Magie der Paladine wirst du in der Stadt lernen müssen. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung versprechen. Äh. Was ist die Schwertweihe? Die Schwertweihe ist eins der heiligsten Rituale der Paladine. Während dieser Zeremonie fließt Innos heilige Kraft durch die Schwertklinge des Paladins und gibt dem Schwert dadurch ungeahnte Kräfte. So ein geweihtes Schwert ist der wertvollste Besitz eines Paladins und wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Was meinst du damit? Als Innos unsere Welt verlassen musste, ließ er den Menschen einen Teil seiner göttlichen Macht. Es ist nur wenigen von uns Menschen erlaubt, sich seiner Kraft zu bedienen und in Innos Namen für Gerechtigkeit zu sorgen. Und was willst du mir näher bringen? Ich kann dich auf den richtigen Weg bringen, Innos Wesen zu erkennen und ihm zu folgen. Ich hätte das nicht gedacht. Vielleicht später. Du bist mir jederzeit herzlich willkommen. Ja, das würde ich jetzt gern tun. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich will mein Schwert weinen. Wenn du dich zu diesem Schritt entschlossen hast, brauchst du zuerst eine Erbsklinge. Mit dieser solltest du dich dann zum Gebet in die Kastelle zurückziehen. Habe ich. Während des Gebets und nach einer angemessenen Spende an unseren Herrn Innos, sollst du Innos um seine Gnade und Führung im Kampf gegen das Böse beten. Habe ich. Und wenn Innos dir wohl gesonnen ist, wird dein Schwert von dem Moment an unserem Herrn geweiht sein. Habe ich. Das hätte er doch besser wissen müssen. Wo bekomme ich eine Erzklinge her? Versuch es in der Stadt, bei Harad. Soviel habe ich nicht verkauft. Gott. Was für eine Spende. Nun, angesichts der Gnade, die dir zuteil wird, ist eine Summe von 5000 Goldstücken mehr als angemessen. What? Soviel habe ich nicht. Für dich freigestellt, mehr zu geben. Alter, das habe ich früher auch immer gesagt. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bereite die Paladine auf den Kampf gegen das Böse vor. Was ist das Böse? Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Innos. Es ist die allumfassende Schwärze, die versucht, das heilige Licht Innos für immer zu verdunkeln. Belia ist der Herr der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung. Das weiß ich, glaube ich. Nur diejenigen unter uns, in deren Herzen Innos heiliges Feuer lodert, werden Innos strahlendes Licht in die Welt tragen und die Dunkelheit verzeigen. Ja, ich will jetzt mein Schwert weinen. Irgendwann muss das hier so kommen. Im Kloster leben doch nur Magier und Novizen. Das ist richtig. Im Gegensatz zu unserer Gemeinschaft, die das Wort von Innos verehrt, verehren die Paladine vor allem die großen Taten unseres Herrn. Wir sind die Vertreter Innos. Die Paladine aber sind seine Streiter, die in seinem Namen in die Schlacht ziehen und seinen Ruhm mehren. Kannst du mir auch was beibringen? Ich verstehe mich auf die Magie von Eis und Donner. Ihre Kraft kann ich dich lehren. Jedoch unterrichte ich nur Magier. Genau das habe ich auch gesagt. Was ist das? Ähm, Speichern. Verdammt, ich glaube, ich habe zu wenig Gold. Fuck. Genau das habe ich auch gesagt. Ich habe zu wenig Gold. Scheiße. Für Innos, Bruder. Wenn du gekommen bist, um etwas über die Schwertweihe zu erfahren, dann wende dich an Marduk. Ja, 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 ja. Verdammt, ich habe nicht so viel Gold. Ich habe nicht so viel Gold. Waaah. Alter. Das, das, das tipptet mich jetzt richtig hart. Das ist jetzt etwas. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Fuck. Fuck. Gut, wir müssen jetzt eine Taktik anwenden. Die ich ja nicht allzu gern mag. Ich hoffe, hier gibt es einen Händler. I hope there is a Händler somewhere near by. Das tut mir jetzt auch leid, aber das muss sein. Ich habe nämlich kein Goldbraucher. Was ist da? Da ist nichts. Ich brauche einfach das Gold. Das tut mir wirklich leid. Ich brauche das Geld, 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 das Geld. Großer Feuerball. Man muss allerdings sagen, die haben ziemlich krasse Sachen, aber ich glaube, wenn ich da ziemlich viel verkaufe, dann komme ich schon hin auf die Kohle, die wir 5000. Da dürften wir schon irgendwie drauf hinkommen, jetzt haben wir 3000. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Kann ich den nicht klauen? Nein! Kann ich nicht. Kann ich nicht. Warte, da sind wir noch nicht fertig. Hier ist doch noch etwas. Was ist das für ein Schlüssel? Hä? Da liegt ein Schlüssel. Kann das sein. Ich brauche deine Kohle, tut mir wirklich leid. Ich will dann im Späten. Was genau ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst, der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist, für die Kunst einen Diener zu rufen. Zudem besitze ich einige interessante Spruchrollen, die Gorax nicht hat. Was macht das Studium? Der Feind hat viele Gesichter. Welche unter ihnen die größte Bedrohung für das Kloster darstellen, ist verdammt schwierig zu bestimmen. Ende. Wir speichern noch. Hey. Zeig mir deine Ware. Ring der Unbezwingen. Hey, schlecht. War an Snapper Schlaf. Du hast aber auch nur schlechte Sachen. Tut mir wirklich leid. Gut, wir verkaufen jetzt wirklich krasse Sachen. Wir verkaufen alles, was wir nicht brauchen, weil ich will dieses Gold. Ich will es wirklich. Obwohl das für Schwerte ja nicht der richtige Händler ist, glaube ich. Schwarzes Herz. Das ist ja so einiges. Ich will alles verkaufen. Ich will alles verkaufen. Loose Hammer. Donenbrot. Bier können wir eigentlich noch verkaufen. Zehn Stück. Ach, alter. Zehn Stück. Brot. Jetzt habe ich das scheiß Brot verkauft. Shit. Ich habe das Brot. Was ist Milch? Fisch. Fisch. Fisch Suppe. Den T-Class Eindopf darf ich nicht verkaufen. Blaufliedern. Das können wir eigentlich auch verkaufen. Waldbärzeilen sich halt überhaupt nicht aus. Aber keine Heilpflanze. Die sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schade. Amulett. Ich will. Genau. Ich wollte ja. Also Amulett der Priester. Amulett der Krieger. Amulett der Lebenskraft. Kann ich eigentlich eins so kaufen, magisches Amulett, Amulett der Flammen, Ring der Gewandtheit, Ring der Geschicklich, hey, Alter, Ring der Priester, Ring der Krieger, Ring der Gewandtheit, Geschicklich jetzt Bonus, plus 3, plus 5, Schutz vor Waffen, Schutz vor Waffen, Schutz vor Waffen, Schutz, zur Eisenhardt, Feuerringe, Feuerringe, Geisteskraft, Ring der Steinhaut, die kann ich eigentlich eh nicht, oder? Verwenden, da könnte ich sie genauso gut verkaufen. Großer Feuerball vergessen, die sind ja eigentlich zu schade, die ganzen Zauber, Wobei, ich kann jetzt aber eh schaffen, Luft aus Gold, Speichern, da 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 da, Sofort. Also in Gothic ist man nie reich. Nie so richtig reich. Warte mal, wenn ich bete. Okay, und ich bin geheilt. Nice, das geht also doch. Stärke plus 1, was ist das? Okay. Was habe ich jetzt? Jetzt muss ich doch ein krasses Schwert haben, oder? Stärke. Was mich aber jetzt wundert. Gibt es denn nicht. Da brauche ich aber die Träne-Innos für, oder? Die Träne-Innos. Oh, ein Wein. Der gehört mir. Ich nehme alles. Ich nehme alles. Ich nehme alles. Ich nehme alles. Ne, ich will raus. Nicht nochmal rein. Was habt ihr so? Ihr habt wahrscheinlich äh nicht ja geht aber nicht so nett auch nix nein Alter man darf nicht vorwärts klicken das ist unglaublich dann schaut er 20 mal auch rein in die da war ich doch schon alles klar was hast du zu sagen agon was wird hier gepflanzt wir versuchen heilpflanzen gut den habe ich schon gefragt der war dort vorrat draußen eigentlich Albträume so so Albträume verwehren mir die Erholung sie verwehren mir die Erholung wer bist du warte mal kann ich dir behilflich sein was ist deine Aufgabe hier meine Aufgaben sind sehr vielseitig ich führe nicht nur das Amt des Verwalters sondern auch das des Schatzmeisters zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters also wenn du etwas benötigst bei mir kannst du dich mit allem versorgen natürlich nur gegen eine angemessene Spende ja ja ich brauche ein paar Dinge was hat der für U-U-Tar verzauberte diesen U-U-Tar U-Tar hä U-Tar verzauberte diesen Stab Schaden benötigt ich Stärke 40 äh ok Scherpe der Bereitschaft Scherpe der Bereitschaft ok 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 keine Truhe auch gut ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf hä ok der ist doch tatsächlich verschlossen schloss Easy Done Also du bist Gorax der was dort drinnen war oder? Du bist der Gorax, gut dann müssen wir dort drüben noch hin, der hat seinen, der hat seinen, was soll ich sagen, den haben wir noch, oh da können wir vielleicht, der zweite Kreis, der dritte Kreis, der dritte Kreis, der erste Kreis, der fünfte Kreis oder? Die Prüfung des Feuers, der fünfte Kreis, oh. Oh. Okay. Habe ich da schon gelesen, das bringt jetzt wahrscheinlich nichts, oder? Der sechste, der sechste, der sechste Kreis gibt es auch noch. Ach meh, Todes, wirklich Todeshauch. Kohle, deswegen brauchen wir Kohle, schwarze Perle, aber dann kann ich eigentlich das alles und die Monster schrumpfen. Dann brauchen wir eigentlich, brauche ich eigentlich, dann brauche ich als Schwertkämpf eigentlich gar keine solche schwarzen Perlen und so Zeug. Ich bin Meister Hüglers, Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. So schaust du aus. Was studierst du, Meister? Meine Forschungen beziehen sich auf das Feuer, die Macht Innos. Es ist sein Geschenk und zugleich eine mächtige Waffe. Und ich erschaffe Runen, in denen diese Kraft ruht. Gibt es Neuigkeiten? Hm, ja. Also dir sind ja sicherlich diese Gestalten in den schwarzen Roben aufgefallen. Ich bin ihnen begegnet. Da kommen wir auch schon zum Kern des Ganzen. Zur Zeit haben wir eine äußerst seltene Konstellation der Gestirne. Um genauer zu sein, steht das Sternbild des Ochsen in direkter Korrelation zum Sternbild des Kriegers. Ich nehme an, du weißt, was das bedeutet. Hm, nun, um ehrlich zu sein. Ja, ja, schon verstanden. Also, ich kann jetzt nicht alle Hintergründe offenlegen. Aber es bedeutet definitiv eine große Veränderung. Und ich mag keine Veränderungen. Ach so. Deshalb möchte ich, dass du mir ein Buch aus der Stadt besorgst. Es heißt, die göttliche Kraft der Gestirne. Es kann sein, dass du ein bisschen suchen musst, aber du wirst es schon finden. Ich werde sehen, ob ich es finde. Das ist gut. Und es verschafft mir die nötige Zeit, noch anderen Spuren nachzugehen. Habe ich das Buch schon? Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich fürchte, Zeit ist das, was wir am wenigsten haben. Das habe ich noch nicht. Okay. Schon was rausgefunden? Nein. Ich warte immer noch auf das Buch. Okay, dann haben wir das Buch also nicht speichern. Göttliche Kraft der Gestirne. Das werden wir aber erst machen, sobald wir den Teleportzauber hierher besitzen. Klaue ich einfach mal. Sagt dir keiner was. Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garond im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß. Das sind die Suchenden. Schergen der Unterwelt, Biljars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst. Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unsere Hilfe bedarfst. Danke, danke, danke. Das wollte ich hören. Ich leiste Widerstand. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wer hat das getan? Wer hat das getan? Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro! Pedro! Der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Parlan schickt mich. Ich will meine magische Kraft steigern. Nun, du hast viel gelernt und deine Kraft ist gewachsen. Von nun an sollst du von mir lernen. Nice! Ich will meine magische Kraft steigern. Bewehr's mit ein bisschen Segen. Ich könnte's gebrauchen. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. What? Allen gottlosen Pfaden? Die du beschreiten? Alter! What? Das will ich nochmal hören. Bewehr's mit ein bisschen Segen. Ich könnte's gebrauchen. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Wow! Möge Innos sein zwischen mir und allen gottlosen Pfaden. Wow! Das nenne ich meinen Segen. Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Alter, ich hab nicht zu viel. Das ist mir zu viel. Alter, ich bin krank und die sagen, jo, erst Kohle. Eine Sache noch. Einige, die vom Innos geweihten Weg schreien, sind vom Feind geschändet worden. Sie haben ihre magische Weihe verloren. Verstehe. Und nun? Es ist an dir, diese Schreine wieder zu reinigen, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Nimm dieses geweihte Wasser und träufle es auf den Sockel des Schreins. Mit den heiligen Worten der Reinigung wird der Schrein seine alte Macht wieder zurückerlangen. Geh nun hin und verrichte deine Aufgaben. Ich möchte nichts sagen, aber du klingst nicht gut. Du musst einmal zum Doktor gehen, zum Arzt und dich untersuchen lassen. Gibt's was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest, Bruder. Da hast du recht. Aber... Oh, jetzt hab ich da ein Gold. Wow. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Sehr verdammt. Uh. Und du hast wahrscheinlich den Ultrakrassen. Aber, Speicher mich würde interessieren, was der Xardas zur Besessenheit sagt. Oder ob er überhaupt was sagt. Das würde mich noch interessieren. Deswegen würde ich jetzt noch lieber ein klein wenig länger besessen bleiben. Nur damit ich schnell zu Xardas teleportieren kann und sagen, Jo. Hast du mir irgendwas zu sagen, was wichtig ist, was ich noch nicht weiß? Ne, Horace. Was? Was? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Wow. Was willst du? Kann ich von dir lernen? Kann ich bei dir lernen? Ich werde dich in die Geheimnisse der Alchemie einweihen. Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Ich kann jeden Trank brauen. Gut. Nicht so schnell. Du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich zehn Goldstücke. Zehn Goldstücke. Braue mir einen Trank der Geschwindigkeit. In Ordnung. Hast du die Zutaten und das Gold? Ja, hier. Gut. Ich werde dir jetzt gleich einen Trank geben, dann musst du nicht so lange warten. Braue mir ein Extrakt der Heilung. In Ordnung. Hast du die Zutaten und das Gold? Ja, hier. Gut. Ich gebe dir jetzt gleich einen Trank, dann musst du nicht so lange warten. Okay. Und hier noch? Gut. Hier steht nichts interessantes. Hier geht es ja nicht um den Text, sondern um die Erfahrung. Ah, hier steht wirklich nichts interessantes. Hier geht es ja rauf. Okay. Es ist hier. Oh. Oh. Schatzkammer. Speichern. What? 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 Ich glaube, hier war ich noch nie drinnen. Wow. Eine Schatzkammer. Nice. Ja, das war der Schlüssel, den ich den geklaut habe. Das war der Schlüssel, den ich ihn geklaut habe. Looten. Let's loot fest. Okay. 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 Und hier so. Eins. Zwei. Drei. 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 Vier. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Acht. Neun. So ok, 9, 9 x 3 ist 27, 127, ne ne schön, 127, 3 x 9, 27 ist ja sicher oder? Lalalala, nehm ich alles, danke, 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 für die Blumen, für die Blumen, danke ich. Hier war ich wirklich noch nie drin. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wer hat, das muss ich mir auch noch speichern, äh, herausfinden, wer hier den Schlüssel dazu hat, aber das ist schon nice. Also das Diebestalent würde ich wirklich jedes Mal wieder machen. Korvik. Was ist das hier für ein Raum? Hier werden die heiligen Reliquien des Klosters aufbewahrt. Welche Reliquien? Hier ruht Innos Hammer und der Schild des Feuers. Sie sind die wichtigsten Reliquien der Innos Kirche außerhalb der Reichshauptstadt. Erzähl mir was über den Schild. Der Schild des Feuers wurde von Dominique in der Schlacht auf den südlichen Inseln getragen. Doch die Macht des Schildes soll nie wieder benutzt werden. Deshalb haben wir ihn an die Wand genagelt. Schade. Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der heilige Hammer von Innos. Mit diesem Hammer erschlug der heilige Roba den steinernen Wächter. In den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter unverwundbar war. Wie ein Turm stand er in der Schlacht und die Waffen seiner Feinde zerbrachen an seiner steinernen Haut. Mit Innos Namen auf den Lippen stürzte sich Roba auf das Ungeheuer und mit einem mächtigen Hieb seines Hammers zerschmetterte er das Wesen. Erzähl mir was. Das ist der heilige... Okay. Dreckiger Dieb, na warte! Ja, das merke nicht, wenn ich den nehme. Warte mal kurz. Ich habe da eine Taktik. Ich habe keinen Schlaf. Schlaf, kein Schlaf. Ich habe Das ist ja alt. Ich habe tatsächlich Keinen Schlaf. Willst du mich verarschen? Da geht nichts, okay. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Ja, ja, ja. Ja, ja. Was willst du eigentlich? Junge, ich bin Paladin. Junge, ich bin Paladin, ich bin Paladin. Okay, tut mir leid. Das tut mir wirklich außerordentlich leid. Bitte kein Back. Habe ich den schon beklaut? Den habe ich schon beklaut. Okay, diese Musik ist krass. So, was wollte ich? Irgendwo hat der doch Schlaf gehabt. Ich kaufe mir einen Schlaf. Gorax. Schlaf. Ich bring dich um deinen Schlaf. Schlaf, Kindlein, Schlaf. Ich bring dich um deinen Schlaf, Kindlein, Schlaf. Wir sind noch nicht von der Besessenheit geheilt. Gut, das ist sehr, sehr gut. Vielleicht aber auch nicht. Aber, ich hatte doch Schlaf. Das kann mir jetzt keiner. Alter, die schauen doch gleich aus, oder? Fünf. Ich bin lieber Schlaf. Was? Was ist denn? Siepassen? Der Hammer ist verschwunden! Wie konnte das geschehen? Ich habe versagt! Innos wird mich strafen! Innos wird dich strafen. Ich habe... Jaja, was ist... Wie gut ist der Hammer? Der müsste doch krass sein, oder? Innos, Hammer, wo bist du? Hallo? Da, oder? Heiliger Hammer! Wert nicht einschätzbar! Was ist... Nur ganz kurz speichern... Wenn wir... Der Hammer ist verschwunden! Ich habe... Ich bringe den Hammer zurück! So, du hattest ihn also! Aber es ist nicht an mir, über dich zu richten! Innos wird sein Recht über dich sprechen und du wirst seine Strafe empfangen! Nö, noch gebe ich den nicht zurück, weil ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir ihn eventuell noch brauchen könnten! Kein Bug, bitte! So, die Folge ist jetzt wahrscheinlich eh schon zwei Stunden lang hoffentlich... Ja, aufgenommen... Sollte werden! Sonst wäre das echt sinnlos! Ich möchte jetzt noch kurz... Nicht auf die Karte... Ich dachte, ich hätte die Karte zurückgegeben... Hä? Wartet mal kurz... Ich bin verdammt müde! Wir wollten ja noch... Vier! Vielleicht hat Xardas noch irgendwas dazu zu sagen... Es wäre... Interessant... Ob der irgendwas dazu zu sagen hat... Ja... Ja... Du hast nichts zu sagen! Gut, wir gehen in die Hafenstadt und holen uns das Geist der Gestirne oder so... Stört sich natürlich die Frage, wer das hat... Ich vermute mal, dass... Ich vermute mal, dass das... Ich hatte was anderes gemacht... Äh... Weil... Nö, irgendwer von den Händlern müsste es... Oder hat es der... Der Gestirne, irgendwas... Hey, da bist du ja wieder! Zeig mal! Das müsste es sein! Vierhundert, krass! Speichern... Und... Wir haben noch etwas zu essen! Und wir haben hier neun! Drei mal neun ist 27! Das ist schon ordentlich! Das ist ordentlich! Und wir werden, glaube ich, alles in Stärke investieren! Was ich noch tun wollte... Stimmt! Ich wollte noch! Die Konstantino! Genau! Die Dunkelpilze essen! Da haben wir 60! Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Elf... Zwei... 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 38, 39, 40, 41, 42, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50... Hä? Ich hatte doch 60 Pilze, oder? Bin ich blöd? Wartet mal, ich hatte doch 60 Pilze, dunkle Pilze. Warum habe ich jetzt 11? Haben sich die irgendwie geteilt? Wir essen jetzt die restlichen 11. Dann müsste es eigentlich trotzdem noch weiter so bleiben. Dann können wir bei ihm den Butterfleisch verkaufen. Hey, wo bist du ja wieder? Du wolltest Pilze. Ich habe hier ein paar Pilze. Die sind zwar nicht so gut wie dunkelpilze, aber ich werde sie trotzdem nehmen. 8000. What? Hat mir der jetzt 8000? Der hat mir doch... What? Speichern. Der hat mir jetzt 8000. What the fuck? Der hat mir 8100 Gold gegeben. Ja. Für Pilze, die ich eh nicht brauche. Alles klar. Und er freute sich an allen Wesen gleichermaßen. Ich trage so ein beklemmendes Gefühl in mir. Du siehst auch nicht gesund aus. Du bist dem schwarzen Blick der Suchenden zu lange ausgesetzt gewesen. Ich kann dir nur dein Fleisch heilen. Doch deine Seele kann dir nur das Kloster reinigen. Sprich mit Pyroca. Er wird dir helfen. Aha. Na warte, du dreckiger Dieb. Okay, okay, okay. Ich hab doch die Sachen an, oder? Aber so groß war der Zorn Belias, dass er über das Land kam und das Tier erwähnte. Und Belias sprach zu ihm. Und das Tier ward ihm untertan. Und Belias verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Auch das ist das Land zerstören. Wir werden jetzt stärker werden. Aber Inus sah, was geschehen war. Wir wollen stärker werden. Das Land. Und er erwähnte den Menschen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das ist doch alles nur Gerede. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Da sehen wir nichts, ich kenne sie wohl. Wer hat doch die falschen Leute gehört? Bei dem können wir stärker werden. Bei dem können wir stärker werden. Das habe ich früher auch immer gesagt. Wir haben momentan Stärke. 92. Da werden wir jetzt aber erst einmal alles ablegen. Dass wir eine Stärke haben. Legen wir auch einmal ab. Und jetzt haben wir 84 Stärke. Wir speichern nochmal. Jetzt bin ich neugierig, ob sich das dann ausgeht. Wenn wir jetzt einmal stärker werden. Ich will stärker werden. Verpulvern. Wenn wir alles in Stärke rein. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Das ist schnell gegangen. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Jetzt haben wir wieder Null All. 121 Stärke. 121 Stärke. 121 Stärke. Plus 3 mal 7. 140 Stärke. Warte einmal. Wir haben mal 27. 27 solche Tränke. 121 plus 27 ist 148. Nice. Wir schaffen es sogar. Oder. Jetzt müssen wir 148. Genau. Dann 148. Plus. Stärke Bonus. Oder. Wir haben ja. Ein Amulett. 158. Das Schwert braucht. Okay. 160 glaube ich. 168 glaube ich. Dann haben wir. so ein Amulett. Welchen Ring. Wir haben. In der Unbesiegbarkeit. in der Unbesiegbarkeit. Schütze. Waffen. Schütze. Waffen. Und diesen Ring. What? Da ist doch. Das ist ein guter Ring. Dann können wir. Äh. Das. Dann haben wir. 162. Dann müssten wir eigentlich. Alter. Wir sind so krass. What the fuck. Wir machen 190 Schaden. Wir machen 190 Schaden. Wir machen 190 Schaden. Stellt euch das vor. Und jetzt haben wir. Nur noch. 71 Geschicke. Aber das macht. Eigentlich nichts. What the fuck. What the fuck. Aber. Aber. Meine lieben Leute. Der Lebensenergie 3. Des. Einhandkampfes. Die haue ich jetzt einfach drauf. Und nochmal. Der Stärke. Plus 2. Das heißt. Wir könnten eigentlich. Den Ring weg geben. Und nochmal. Der Stärke. Aber wir haben den guten Ring eh. Und der Krieger. Hm. Das ist eigentlich eh. Das ist eigentlich eh. krass. Das ist ziemlich krass. Das. Was hast du noch zu sagen. Nichts. Ah. Kann ich. Kann ich jetzt mit dem. Wie heißt der. nochmal sprechen. Du bist weg. Die sind alle weg. Verdammt. Und ich wollte dem. der läuft doch weg. Oder. Scheiße. Scheiße. Was habe ich jetzt noch für Quests. Die. Äh. Geschenken. Scheine. Kraft. Der. Gestirne. Die. Klaue. Billias. Mhm. Ich weiß ja nicht. Was sich Besteckbriefe an Banditen machen soll. Check ich nicht. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich habe da noch eine Idee. was wir tun könnten. Ach der, wir sind so krass. Wir sind so krass einfach mal. Wir haben alles und jeden weg. Dort oben ist ein Belia-Schein. Kann das sein? Ich meine, kein Belia ist auch dort oben in die Richtung, aber hier ist ein anderer Schein. So, jetzt probieren wir gleich mal. Da, wie gesagt, muss ich wieder rein finden. Da muss ich, wie gesagt, wieder rein finden. Das ist weniger günstig. Scheiße. Scheiße. Inos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schein. Sechs übrig, okay. Da ist er. Bist du da? Wie heißt du nochmal? Ne, hier ist er auch nicht. Wo ist sonst noch ein Schrein? Teleport zur Taverne. Dort ist doch ein Schrein, aber ich glaube der ist gereinigt, oder? Mhm, speichern, da drüben gibt es noch ein Schrein, das wird jetzt ein Gerenne. Dort drüben, und das ist jetzt echt, ehrlich gesagt ungünstig. Alter, ich hätte halt doch ein bisschen Zweihänder lernen sollen. Fuck, das ist nicht gut jetzt. Da glaube ich haben wir uns keinen Gefallen getan. Zur nächsten Stufe ist es, scheiße, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt muss ich noch überlegen. Der ist doch sicher, oder? Was machen wir jetzt? Wir sind wirklich unerfahren. Was war das? Da drüben war noch einer. Was machen wir jetzt? Wir sind einfach so schlecht. Im Zweihandkampf. Ah, verdammte. Nö. Ich bin jetzt wirklich schon, wenn wir jetzt noch mal laden. Und jetzt 27 ist es schon wieder verdammt. Ah, fuck. Fuck. Hey, wo bist du ja wieder? Du wolltest Pilze. Ich werde dir wett... Gut. Äh. Zeig mir dann... Das habe ich dann schon gekauft, oder? Aber hier bin ich auch schon. Nein. Das ist gut. Wartet mal. Wie schauen hier meine Ding aus? Ja, ich bin Zweihänder... Ich bin so schlecht im Zweihandkampf. Das ist einfach sinnlos. Die geschänderte Scheine, Kraft der Gestirne, die blaue Belias. Jo. Dann haben wir eigentlich eh nicht viel. Wir wollten... Ich habe wahrscheinlich die Pilze nicht gegessen, oder? Sag nicht, dass ich die Pilze... Nein. Shit. Wir essen die Pilze noch einmal, weil wir es können. Und jetzt haben wir es... Wir merken uns, wir haben 60 Pilze gehabt. Wir haben 60 Pilze gehabt. Nicht 61. Das hat mich voll verwirrt, voll hart verwirrt. Die haben sich irgendwie magisch geteilt. Eigenartig. Verdammt eigenartig. Noch einmal, um zurückzukommen auf das Zweihand. Wir hätten es geschafft. Das Problem allerdings, wenn wir das machen... Wir sind sehr, also wirklich verdammt unerfahren im Zweihandkampf. Was zur Folge hat, dass wir... Ja, einfach nicht gut umgehen können. Und dann auch nichts viel bringt. Deswegen werden wir jetzt, glaube ich, besser beraten, es einfach zu belassen bei... Hey, dann... Wo bist du? Du wolltest... Ich habe hier... Gießen. 8100, der ist wirklich krass, der Boy. Der hat so viel Gold, krass. Speichern. Dann habe ich noch mit dem gesprochen, der kann mir aber nicht helfen. Aber dort, wo Adana stand, war ein Ort. Du siehst, ich... Gut, was wollten wir dann noch tun? Wir haben sonst nichts getan. Dann können wir eigentlich zum Kloster zurück. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so... ... war's das... So... So... Milton mittendrin. Wer wollte das Buch noch mal der da drinnen, oder? Soweit ich weiß. Das hätte er auch selbst passen. Hey, du. Hier, bitte. Hier, bitte. Aber die derzeitige Konstellation der Gestirne birgt eine Menge Gefahren. Welche? Nun, das Gefüge zwischen den Welten scheint sehr schwach zu sein. Es bedarf nur einem Bruchteil der sonst erforderlichen Kraft, um ein Loch in dieses Gefüge zu reißen. Dämonen könnten ungehindert durch diese Portale in unsere Welt gelangen. Schon was... Also, ich bin... Dämonen... Ja, völlig uninteressant. Bringt halt auch nichts. Und bevor wir es vergessen... Wir haben ja noch eine Rüstung abzuholen. Ist dort oben nicht auch noch ein Schrein? Kann das sein? Hier unten ist doch auch noch einer. Wenn wir schon mal dabei sind... Und jetzt einen Trank der Geschwindigkeit... Einen Trank der Geschwindigkeit... Wo ist denn dieser Trank der Geschwindigkeit? Ach, hier ist er ja. Hier ist er ja. War dort oben auch ein Inneres-Schein? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, bin mir aber nicht sicher. Hier müsste aber noch einer sein. Oder bin ich hier schon wieder falsch? Alter, ich renne schon wieder falsch. Ähm. Äh. Okay. Hey, du! Was machst du hier? Ich bin von Bengars Hof hierher geflüchtet. Ich hatte keine Lust, mich von dem ganzen Viehzeugs, das aus dem Pass kam, niedermachen zu lassen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da für Kreaturen in den letzten Tagen aus dem Pass herausgekommen sind. Ich kann. Wie ist es hier? Ich muss mich hier nur mit Banditen herumärgern. Das ist das kleinere Übel. Okay. Dieser Schrein müsste doch eigentlich verhext sein, oder? Dann haben wir den. Und du sagst, dort oben sind Viecher. Weil wir eh gerade auf dem Weg sind. Du machst mir überhaupt kein Schaden, Bürschchen. Dann... Dann... Gehen wir da halt auch nochmal hoch. Easy. Degen der Banditen ist hier noch gelegen. Alles klar. Hier. Dieser Schrein. Was ist mit dem? Ist der auch? Der müsste doch auch... Inos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Gut. Der ist auch... Speichern... Und hier sind halt diese... Und hier sind halt diese... Komm her! Die sind irgendwie stärker. Eigenartig. Äußerst eigenartig. Noch einer! Erst mal hier sind. Da sind alle zähle sich zufeln. Nein, 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 nein. Nein, nein, これら fait Nein, nein. Alter! Alter! Diese scheiß! Speichern! Die sind wirklich krass! Das bringt nix! Weil die machen mich! Die sind schon krass. Viel zu krass, aber geben auch 400 Erfahrung. Das darf man nicht vergessen. Hab ich den jetzt schon? Genau! Okay, dann muss ich wohl mehr geben, oder? Nein! Bist du mich verarschen, Junge? Okay, ich hab den halt schon wieder so viel Gold geschenkt. Ich hab den schon wieder so viel Gold geschenkt. Wow! Dank der Geschwindigkeit, wo bist du? So, hier sind doch noch mehr Kapuzenmänner, oder? Die laufen doch hier noch irgendwo rum. Ah, genau! Wie ist die Lage? Malak ist verschwunden und hat alles und jeden mitgenommen, der für mich arbeiten wollte. Er sagte, er wollte in die Berge. Er hat es hier nicht mehr ausgehalten. Die Horden von Monstern, die täglich aus dem Pass aufs Weidenplateau kommen, machen mich ganz fertig. Wenn ich wenigstens ein paar Helfer oder Söldner hätte. Es gab sogar schon mal einen, der für mich arbeiten wollte. Er hat es dann aber doch nicht getan. Ich glaube, Wolf war sein Name. Ja, genau. So, wo sind noch die Kapuzenmänner? Hier müssten doch noch mehreres sein, oder? Ja, oder war das jetzt der letzte? Wo sind noch Schreine? Ich will jetzt nicht sterben. No! Alter! 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 Ich wusste es doch, dass sie jetzt genau jetzt sterben. Jetzt ist der scheiß Trank. Ja. Leck mich doch. Gut. Ich wollte sowieso zum Großbahn. Ich will die Rüstung von Wolf und jetzt muss ich ihm sagen, ja, der Benga, der braucht eine krasse Rüstung von dir. Wenn du mal Zeit hast, du willst eh nicht hier rumsitzen, dann kannst du dort hingehen. Also, erst einmal Wolf. Okay, wo ist die Rüstung? Hier ist sie fertig. Hier ist sie. Danke. Ist ziemlich gut geworden. Wahrscheinlich schlechter als meine Rüstung. Danke. Der Pass zum Minental mündet genau in Bengas Bauernhof. Er hat Probleme mit den ganzen Biestern, die sich durch den Pass zwingen. Jemand müsste Bengas Hof verteidigen. Das wäre was. Und wäre ich wenigstens weg vom Hof hier und muss nicht mehr auf die Schmiede starren. Gut. Es macht 800 Goldmünzen. Stolzer Preis. Tja, für einen von uns würde ich es fast umsonst machen, aber für dich... Was soll das jetzt wieder heißen für mich? Jungen, ist mir die Rüstung gratis gegangen. Ja, okay. Leck mich am Arsch. Dann wollen wir mal den Biestern auf die Pelle rücken. Mal sehen, wen ich hier auf dem Hof noch anderben kann. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Von hier erfährt keiner was. Kann ich da jetzt noch irgendwas quatschen? Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Warte mal. Das hab ich noch gar nicht gewusst. Ich könnte mir sowas nie. Das war doch schon vorher. Meine Meinung will ja keiner hören. Sinnlos. Dort ist doch auch noch eine Innos-Statue, die ist wahrscheinlich aber nicht verseucht. Ist dort hinten im Wald auch noch eine? Ich bin mir da nicht so sicher. Ist hier keine. Ist hier gar kein Schrein, kein Innos-Schrein. Gut, dann werden wir jetzt zuerst. Zuallererst. Ich bin schon wieder in die falsche Richtung. Wo ist denn der Scheißdrank? Bin ich blind? Ja, ich bin blind. Zuallererst. So, sag Gitta. Sag Gitta. Dort ist nämlich ein Böse Schrein. Ein sehr sehr böse Schrein. Sehr böse. Natürlich mitnehmen. Reinigen. Sofort reinigen. Vier haben wir noch. Okay, das schaffen wir auch noch. Mit Vollgas. Heile mich. Heile, lass mich. Passt schon, danke. Tschüss. Dann haben wir das abgeschlossen. Jetzt gehen wir dort rauf. Ja, ja. Schnell weiter. Schnell. Dort ist der nächste Schrein. Der müsste doch auch. Alter, was willst du eigentlich? Bist du auch verseucht? Bitte sei einfach verseucht. Jawoll. Jawoll. Gewähre mit deiner Hilfe und reinige diesen Schrein. Drei übrig. Zwei, die wir noch nicht wissen, wo die sind. Gut. Dann möchte ich nochmal kurz zurück zu dem Typen dort. Schauen wir mal, ob der noch irgendwas zu bequatschen hat. Wie heißt er noch? Irgendwas mit C. Carvalon? Nein, das ist nicht der Carvalon. Der heißt... Oh, da ist ja noch ein Schrein. Okay, der ist sauber. Tatsache. Tatsache, das ist ein Haufen Schrein. Ist das ein Kreuzweg? Oder ein Innorsweg? Oder wie man das... Gnarchal da ist er! Schön in dein Gesicht. Schön in dein Gesicht, mein Freund. Genau, zu dir wollte ich. Ursprünglich. Nicht Dragomy, genau. Oh, okay, du hast nichts mehr zu sagen. Egal. Dann gehen wir hier entlang. Und zwar geschwind. Oh Gott, jetzt wird es Nacht, oder? Fuck. Ja, wenn es Nacht wird, Leute, dann muss ich mich entschuldigen. Weil ich dann zuerst schlafen möchte. Auch wenn wir nicht sehr gut schlafen können. Ja, weil wir gerade hier sind, wir wollen ja nicht, dass da irgendwie was Lästiges dann kommt. So, schlafen. Schlafen, egal. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. So, jetzt geht es Richtung Norden. Das ist doch der Norden, oder jedoch, sagen wir, jetzt geht es in Richtung Wildnis. Und zwar ist das auch die Quest da mit dem Pedro. Dem Pedro. Wir haben noch drei Schreide, kann das sein. Einer ist bei Lobatzhof. Der zweite könnte... Der zweite könnte da drüben sein. Der könnte da drüben sein. Bei Jacks Leuchtturm irgendwo. Oder hier auf dem Weg. Und jetzt bin ich neugierig, ob dort oben jemand ist, den wir gerne kennenlernen wollen, oder vielleicht auch nicht wollen. Da bin ich jetzt auch neugierig. Nein. War das jetzt schon das Richtige? Da ist es halt. Wirklich blöd, wenn man... Immer wenn ich den Trank getrunken habe, muss ich laden. Ich hätte mich einfach mit diesem Scheiß, wie heißt der, schneller Hering eindecken sollen. So, du magst also keine Banditen. Was soll das werden? Was meinst du? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei hastet, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Wer war der andere? Er sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Da hast du recht. Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben raufgerannt. Ich muss weiter. Hey, kein Problem. Der ist mir wahrscheinlich böse, wenn ich den umhaue, oder? Weg mit der Waffe. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Das wirst du bereuen. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Die Völder war es, da hat sich schon ziemlich gelohnt, jetzt würde ich sagen. Aber ich habe ihn eh nicht umgehauen. Dann kann ich hier noch. Hier ist es auch wunderschön. Schaut euch diese Landschaft einfach mal auf. Hier kann er fischen. Hier rüber will ich nicht gehen. Hier kann er bisschen schön hinsitzen. Oh, mein Schädel. Hey, du. Mit üblen Schlägern will ich nichts zu tun haben. Soll ich den irgendwie... Was suchst du hier? Für so ein Schnösel stellst du verdammt viele Fragen. Sag mir, durch welche Goblin-Höhle wir beide zusammengekrochen sind, und ich erzähle dir meine Geheimnisse. Andernfalls kümmere dich um deine Angelegenheiten. Das! Ja, ein Apfel, der war es mir wert. Okay. Mehr tue ich ihm aber nicht. Er kann ja hier noch... Da bin ich... Gut, da bin ich jetzt neugig. Ob... Vermutlich schon. Ob hier ein Gegner auftaucht, dem... Äh, dem... Äh, dem... Tatsache, da ist kein Gegner. Ich hätte aber den Hammer geklaut. Wo ist denn der... Gibt's denn in die Nacht des Raben? Gar nicht mehr. Das war immer so ein krasser Gegner. Tatsache, den gibt es nicht mehr. Wow. Oh. Da liegt... Den habe ich aber nicht gekillt, oder? Den habe ich doch nicht gekillt, den Wege-Lagerer. Okay, dann hat er gekillt. Zwecks der Erfahrung könnten wir hier einen Zauber verbrauchen. Aber guckt er, voice nach gewinnt. Quem zer. Das acuerdo. So. Also, Mist, besser beinnt. das lasse ich doch nicht auf mir sitzen warum verfehle ich denn ich habe doch gespeichert oder was willst du eigentlich ich hoffe doch was ist das feld knöter ich okay und hier drinnen da bin ich auch noch nie reingeschwommen sag nicht dass da eine höhle ist sagen nicht dass da eine höhle ist dachte schon das wäre krass wenn da eine höhle gewesen wäre das wäre richtig krass gewesen dann wieder rauf auf den langen endlosen weg rauf also ich glaube die folge habe ich schon lange nicht mehr passiert das sind locker zwei stunden locker eine lange folge ist auch nicht so tragisch ich laufe nur noch da drauf vielleicht schaffe ich noch alle schreine zu machen was ich nicht glaube aber was könnte ich so zu schaffen den petro könnte ich auch noch schaffen vielleicht er kommt dann noch ist es nicht zu hell draußen noch scheint es dunkel zu sein was mich schluss folgern lässt dass es noch nicht so spät sein kann beziehungsweise so früh da ist nichts zu holen hier sind aber auch immer scavenger da habe ich auch noch was gesehen blauen flieder hier oben habe ich eigentlich die dinge schon gemacht oder die warane und so zeugs müsste ich eigentlich alle gekillt haben der ist doch sicher da sind jetzt übrig zwei übrig jetzt wird es nur noch spannen wo der letzte ist wo der letzte ist da drüben glaube ich ist nichts mehr oder ist dort auch noch ein feuer waran ne ich glaube die habe ich beide gekillt und ich verbrauche jetzt tatsächlich meinen letzten geschwindigkeitsdrang dass ich nur mehr kurz hier rum sprinten kann siehe da wen sah ich da das ist ja perlott sonst ist hier nichts diese musik bereitet mir gänsehaut die ist so verlassen die strahlt sie irgendwas aus so was einsames so was einsames gruselig strahlt die gruselige strahlt die aus noch ein totenes ja leider kein grüner novize hmm das hier oben nicht auch noch ein schreien kann mich aber auch irren hier oben nicht auch noch ein schreim Ich kann mich irren, aber ich glaube doch, dass hier einer ist. Jawohl, bitte, bitte, bitte. Jawohl. Nur noch einer übrig und da wissen will, wo der ist. Da unten war ich auch schon. Ja, da war ich auch schon. Dann können wir hoch, hoch schauen. Da ist doch noch was. Noch einmal speichern. Und hier sind Drachensnapper, oder nein? Keine Drachensnapper. Und wer bist du? Du bist noch immer hier. Hast du einen Novizen hier vorbeikommen sehen? Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbogen. Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei ihnen. Und hier unten liegt noch einer, der hat hoffentlich einen Apfel dabei. Naja, okay dann. Dann halt nicht, dann halt kein Apfel. Hey, du. Du, äh, das. Ich hab da... Es wegs. Ja, ich hab da... Ich glaube, das geht noch nicht, oder? Oh, Speicheln, alles klar. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Ach ja, wen denn? Dich. Du wärst besser mit dir hergekommen. Nein! Nein! Nein, habt ihr das gesehen? Das war unfair. Okay, ich war nicht full life. Das muss man bedenken. Wenn ich full life gewesen wäre, wären die ein leichtes Spiel gewesen. Ich kann das nicht glauben. Wer bist du? Was soll denn das werden? Ein Verhör? Ich hab dir nichts zu sagen, aber du kannst ja mal mit meinem Kumpel reden. Aber sei vorsichtig. Er mag keine Fremden. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Ich mach dich fertig. Du wirst mich doch verarschen, oder? Alter, wie krass seid ihr bitte! Alter! Alter! Die hauen rein! Die hauen rein! Die hauen rein! Das ist nicht mehr lustig. Also Spaß war dabei! Und hier so? Was ist hier so los? Außer gar nichts. Sind dort wieder neue Viecher drin? Die ich splätten kann. Oder sieht nichts aus. Was ist das? Doch ist das denn. Das ist ja das. Was ist das? Ich bin mich gegen diese Warte. Leider du mir etwas handelte. Ja, die machen übel denn. Du kommst zu spät, wir haben das Auge Inneres zerstört, auf dass es seine Macht niemals zurückerlangen wird. Okay. Wir werden dir jetzt zeigen, was für sinnloses Unterfangenes doch war, den Meister herauszufordern. Das zeige ich dir gleich, Büschchen. Schau, wie sinnlos deine Ansprache jetzt gerade war. Da steht auch einer da drüben. Und du? Jetzt wirst du unsere Macht spüren. Wow, das war wirklich eine krasse Macht, die du da gerade gehabt hast. Ich bin schockiert. Und hast du auch so eine Macht, oder? Du hast doch sicher auch noch was zu sagen. Jetzt wirst du unsere Macht spüren. Ich habe gar keine Macht. Da ist ne Steintafel. Steintafel. Steintafel 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 Alter, hier habe ich schon einen Haufen Kräuter übersehen, sowie Feldknöterig. Halt, ein Haufen Kräuter. Speichern, das wird jetzt etwas schwerer, glaube ich. Wisst ihr was? Teilen. Ich speichere nochmal und dann renne ich einfach da rein. Was ist da? Easy. Easy. No! 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 Ich muss also doch heilen. Ohne Heilung geht nichts. Alter, hat der einen Durst, der leert sich das Zeug runter, als wäre es Schnaps. Du kannst dich nicht verstecken. Alter, wirst du mich verarschen. Das Auge, Innos. Du bist Pedro. Du bist nicht Pedro, sondern nur ein Caputer Novice. Molto Caputo. Pedro habe ich ja nicht gefunden. Okay. Fast hätte ich das übersehen. Das wäre wirklich ein Skandal. Skandal! A Skandal in Bohemia. Ja, die alten Schiller Combs Filme finde ich richtig nice. Also nicht nur nice, sondern richtig nice. Hier war ich doch schon, oder? Alter, das Feuer hat mich jetzt erschreckt. Aber man muss schon sagen, ich bin etwas schreckhaft. Ich bin etwas schreckhaft. Schauen wir noch kurz, was wir da für tolle Das Auge gehen muss. Kann ich nicht anlegen. Ich möchte nur mal kurz schauen. Lebensenergie, ja. Lebensenergie, okay. Lebensenergie finde ich echt sinnlos. Ein Handkampf oder Zweihandkampf will ich haben. Stärke, ja, Stärke will ich auch. Eins, zwei und drei will ich haben. Stärke. Hier, hier war ich dann eh schon. Gut. Dann gehen wir. Halt, warte. Ich wollte zur Hafenstadt. Schnell zur Hafenstadt. Schnell zur Hafenstadt, zu Xardas. Schnell zur Hafenstadt, zu Xardas. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das wundert mich nicht. Schlimm sei das. Das hat er doch vorher gemacht. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe. Dann haben wir das auch ziemlich erledigt. Und jetzt wird es bei mir schön langsam hell draußen. Was natürlich die Frage aufwirft, ob ich nicht schlafen gehen soll. Das werde ich auch tun demnächst. Und zwar dann, wenn ich den Schrein hier endlich gereinigt habe. Dann bin ich noch hart am überlegen. Tatsächlich, da ist auch noch einer. Da ist er! Irgendwann, ich glaube jetzt ist eh kein Suchender mehr. Irgendwo. Dort unten ist wahrscheinlich nichts mehr, oder? Schaut nicht so aus. Schrein reinigen bitte, please. Enos, gewähre mir deine Hilfe und so weiter. So. Ich schätze, dass heute das letzte Mal ist. Und so weiter. Pass auf, dass er dir nicht böse gesonnen ist, der nette kleine Herr. Von so und so. Was wollte ich jetzt? Genau. Stimmt. 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 Äh. Blödsinn. Jetzt. Werden wir. Nach Kreuz. Nö. Schnell zum Kloster. So. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja. Was? Was wollte ich jetzt? Was? Die Schreine. Gut. Da muss ich zu dem rechten Typen dort. Was? Die Schreine. Nein. Vortrefflich gemacht, mein Sohn. Der was keine Luft bekommt. Ich bin stolz auf dich. Möge Enos über dich wachen. Nimm dieses Amulett der Macht an dich. Amulett der Macht? Ah. Auf das es dir im Kampf. Wehe, das ist schlecht. Ich bin da nicht umsonst. Amulett der Macht. Nein. Ich habe das Auge Enos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber, das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Enos steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Jo, was können wir tun? Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Nee. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beheile dich! Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuleuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne... Gut. Hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Ich... Ne, will ich nicht. Ah, trinken. Was soll ich da jetzt trinken, Junge? Wehe. Das ist irgendein Scheiß. Wo ich dann Durchfall bekomme. Ultras heiliges Wasser. What? Was ist das jetzt zu trinken? Ah. Dank. Du Serpenten... Serpentes. Hast du... Entferne die... Junge, entferne deine Mutter. Dann geben wir endlich dem noch sein Buch ab. Und dann... Das habe ich früher auch immer gesagt. Als Letzte... Das Schwert haben wir schon. Da kann man sich nicht drauf verlassen. 40. Hey, du! Schon was rausgefunden? Also ich bin mir ja nicht sicher, aber die derzeitige Konstellation der Gestirne birgt eine Menge Gefahren. Welche? Nun... Demo... Habe ich denen das Buch schon gegeben? Kann das sein? Okay, Geistig Deckbrief und Banditen. Okay, ja das habe ich scheinbar schon gemacht. Dann... Ja. Werden wir. Werden wir. Wie viele Äpfel habe ich? 13. Dann... Das wird sich nie ändern. Jetzt ist sowas. Irgendwann muss das jetzt kommen. In die Stadt Korinis. Das sind doch alles nur Gerüchte. Das war keine große Sache. Das ist einfach ein scheiß Inventar. Inventar. Er muss das ja besser wissen. Meine Meinung kennst du ja schon. Okay. Wir gehen jetzt gleich zur Satu... äh... Watras, nicht immer... ich sag immer Saturas. Das unglaub... glaube ich. Ich sollte eigentlich Watras sagen. Und das Meer... Pyrocar schickt mich. Das Auge Enos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Jo. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu genutzt, das Auge Enos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau bewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, drei Krautpflanzen müssten es schon sein. Sumpfkraut? What? Wo würde ich dieses Sumpfkraut finden? Ich habe da etwas von einer alten Giftmischerin namens Sagitta in den Wäldern gehört. Sie soll angeblich solches Kraut verkaufen. Du könntest dein Glück aber auch unten am Haar erfassen. Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Dann frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Bennett. Nachrichten verbreiten sich schnell an dieser Stadt. Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schwarf. Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Das könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle drei zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokars Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Schicke Xardas und Pyrokar dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Es wird nicht lange dauern. Sobald ich zurückkehre, werde ich euch die Geschichte weiter erzählen. Möge Adanos mit euch sein. Die Welt geht unter. Und er so... Der Typ versteht sich mit dem anderen nicht. Das wird lustig. Wie steht's ums Auge Innos? Denke daran. Nur ein Umkehrritual am Sonnenkreis zusammen mit Xardas und Pyrokar wird das Auge wieder heilen. Und vergiss nicht, das Auge mit der reparierten Fassung mitzubringen. Oh, den... Speichern. Warte mal. Na warte, du dreckiger Dieb. Ja, das wusste ich, dass das nicht funktionieren würde. Ich habe aber es dennoch nicht lassen können. Ich habe was anderes gehört. Es war genauso, wie du sagst. Es war genauso, wie du sagst. Das ist nur noch ein Vieh kaputt machen. Oder zwei. Vielleicht auch drei. Aber mehr ist das nicht mehr. Alles klar. War doch schon vorher klar. Gut. Wir haben Stärke 92. Dazu legen wir jetzt noch einmal... Alles. Da legen wir jetzt alles ab, dass uns irgendeinen Bonus gibt. Meinst du mir geht das besser? Keine Ahnung, sag du es mir. 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 Da, und jetzt schauen wir noch einmal, wie viel Stärke wir haben. Wir haben 84. Wir brauchen für ein recht gutes Schwert brauchen wir... Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das interessiert mich. Um 120, 160... Ich habe das Auge. Es ist zerbrochen. Was? Bei Innos? Was hast du getan? Wir brauchen das Auge. Sprich mit Pyrocar. Es muss einen Weg geben, es wieder zusammenzufügen. Was habe ich getan? Junge, was hast du getan? Stärke. Ich... Ich... Das ist schon teuer, gell? Alter. Warte, jetzt schaue ich noch einmal, wenn ich jetzt alle Getränke nehme. Alle Getränke... Plus... Ich suche halt die ganze Zeit, das ist so lästig. Was war da noch? Steintafeln. Genau. Steintafeln. Stärkebonus. Hier war noch. Stärkebonus 10. Kommen wir noch irgendwo stärken. Steintafeln. Steintafeln. Und jetzt? Wie teuer ist es jetzt? Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. 148. So, jetzt müsste man eigentlich hinkommen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnete. Vielleicht habe ich mir jetzt auch gewaltig verrechnet, was sehr sehr ungünstig wäre. Okay. 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 So, wo ist jetzt der Letzte? Wo ist jetzt der Letzte? Ich meine, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte doch... Ja. Jo, 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 das genau speichern. 129. 29. 29. 29. Und jetzt werden wir volle Krass auf. 229. 2 Hand gehen. Killion. 47. 48. 43. 44. 45. 41. 41. 41. 42. 41. 42. 43. 42. 42. ihm keine Möglichkeit gibst, sich selbst zu steuern. Ein Paladin kämpft nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit dem Verstand. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Du musst den Punkt kennen, bis zu dem du zurückweichen darfst. Gehe niemals unvorbereitet in den Kampf. Du kannst nie wissen, ob es nicht dein letzter ist. Kämpfe mit Ehre. Handle im Kampf umsichtig und schnell. Überrasche deinen Gegner. Krass. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Gehe niemals unvorbereitet in den den Kampf. Alles klar, du hast wirklich krasse Lebensweisheiten. Da bin ich jetzt schon etwas neugierig. Jetzt bin ich doch ziemlich gut. Äh, was mache ich da? Jetzt habe ich aber keine... Ich bin bereit für das Training. Dann. Speichern. Speichern. Ja, ich glaube, das lassen wir jetzt so. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut, ja. Dann. Sonst, ja. Wollen wir jetzt... Alter, das ist halt schon krass. Habe ich nicht irgendwo Zweihandwaffe? Nur die Einhände haben hier scheinbar Talentbonus. Okay. Aber das ist schon nice. Jetzt gehen wir noch zu... Da muss ich halt noch rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Jetzt muss ich halt noch trainieren. Aber das ist schon nice. Jetzt gehen wir noch zu dem Typen. Das war doch schon vorher dran. Äh, Xardas. Xardas, mein Freund. Xardas. Bei denen werden wir jetzt noch... Ja, den werden wir eh gleich überzeugen. Ja, der ist wenigstens der Beste. Er sagt, kein Problem. Die anderen sagen, what? Mit dem gehe ich doch nicht da rüber. Der ist mir viel zu, äh, unter meinem Niveau. Xardas, der sagt, wir müssen die Welt retten. Egal. Ich tue alles. Hey! Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und das leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas in einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Warte mal. Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Da, wir klären. Ah, warte, warte, warte. Ja, wir klären. So. Was wir jetzt noch tun wollen. Bieten am Schrein. Jawoll. Jawoll. Wir wollen das auch noch nützen. Hä? Habe ich da keine Erfahrung bekommen? Chance auf extra schon 38.113 Das ist jetzt interessant Jetzt werden wir Alter, willst du mich verarschen? Ich habe doch... Ich habe schon wieder nicht gespeichert, oder? Alter, das ist ein Kreuz, wenn man gespeichert hat Und natürlich schon wieder runterscrollen Was dieses Zeug hält Gut Ich dachte, da würde man Erfahrungspunkte bekommen Bekommt man keine? Auch gut Auch gut Was war das? Hey Hey Warte mal Ich klicke immer auf M Alter, ich klicke immer auf M Ich klicke immer auf M Ich klicke immer auf M Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Enos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Alter, wirst du mich verarschen? Drache steht vor der Haustür und sagt, nö, den mag ich nicht, okay. Wurscht, ich mag nicht mehr. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Xardas ist jetzt in den Norden gegangen, oder? Und da ich absolut nicht nochmal dorthin laufen muss, sinnlos werden wir das jetzt geschickter anstellen. Ich bin ja nicht blöd. Deswegen gehen wir zuerst zu diesem Kotzbrocken dort hinten. Zu diesem Ich-Menschen. Pyrocar. Und jetzt zu Xardas. Jetzt haben wir richtig wenig Mana. Und dann... So, das ist schon deutlich besser. So sieht's aus. Ich... Warte mal. Ich... Pyrocar weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyrocar also. Hm, interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyrocar dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Dann haben wir das jetzt deutlich geschickt angestellt. Speichern. Wir werden jetzt vielleicht noch einmal in die Hafenstadt schauen. Wow. Dann halt nicht. Da werden wir erst noch schlafen. Und dann Zweihandkampf lernen. Oder? 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 Und es wird noch viel schlimmer. Ja, es wird viel schlimmer. So, und jetzt bin ich verdammt müde. Deswegen werde ich jetzt nur noch diese 10 Lernpunkte verbrauchen. Das höre ich zum ersten Mal. Ich hätte das anders gemacht. Und wenn ich diese verbraucht habe, diese 10 Lernpunkte in Zweihandkampf, dann, 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 Leute, dann ist... Ich bin bereit für das Training. Ein Paladin kämpft nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit dem Verstand. Ja. Komm, du musst den Punkt... Ich bin ein Kämpfer, also speichern. So. Speichern auf 129. Und was haben wir sonst noch? Das brauchen wir nicht mehr. Stärke. Gut. Sonst haben wir nichts mehr zu essen. Gorn, das Schlederbeutel ist ihm egal, oder? Lassen wir mal... Wer ist nochmal Olaf? Gott. Dann speichern wir nochmal und wir setzen nächste Folge hier an dieser Stelle fort mit der Geschichte. Und nach dieser elendslangen Folge, sage ich, Dank fürs Zusehen. So, wer bis hierhin durchgehalten hat, wow. Respekt. Und wie immer, tschüss mit dir und tschau mit au.